Herzlich Willkommen zu diesem Slidecast. In diesem Slidecast beschäftigen wir uns mit den Auszügen aus dem Leistungsstörungsrecht. Dabei werden wir zunächst gezielt, was die Begriffe Leistung und Leistungsstörung überhaupt bedeuten. Dann werden wir uns mit dem Thema Unmöglichkeit als Typ einer Leistungsstörung in dessen verschiedenen Ausprägungen auseinandersetzen und schauen uns das Schicksal der Gegenleistungspflicht bei Unmöglichkeit an. Schauen wir uns jetzt zuerst einmal den Begriff der Leistung an. Bei Schuldverhältnissen, Verträgen im Besonderen, ist deren Inhalt zumeist eine durch das Schuldverhältnis selbst oder durch das Gesetz bestimmte Leistung vorzunehmen, zum Beispiel die Verschaffung einer Sache oder Zahlung eines Geldbetrages. Diese Pflicht wird als Hauptleistungspflicht bezeichnet. Nebenleistungspflichten sind solche Pflichten, die sich auf die Hauptleistungspflicht beziehen und deren Erfüllung unterstützen. Unter dem Begriff der Gegenleistungspflicht versteht man die jeweils vom anderen Vertragspartner zu erbringende Hauptleistungspflicht. Das heißt, Leistung und Gegenleistung stehen sich wechselseitig gegenüber. Wir merken uns also, im Vertrag sind die jeweiligen Hauptleistungspflichten der Parteien geregelt. Diese stehen sich dahingehend gegenüber, dass der Leistungspflicht des einen die Gegenleistungspflicht des anderen gegenübersteht und umgekehrt. Jede Hauptleistungspflicht ist aber gleichzeitig eine sogenannte Primärleistungspflicht. Demgegenüber wären beispielsweise Schadensersatzansprüche sogenannte Sekundäransprüche, also solche, die erst in Betrachtung kommen, wenn die Primärebene gestört ist. Eine Leistungsstörung liegt dann vor, wenn eine Pflicht aus einem Schuldverhältnis nicht ordnungsgemäß erfüllt wird, entweder durch Nichtleistung oder durch Schlechtleistung. Erst dann greift das sogenannte Leistungsstörungsrecht. Wird ein Vertrag ordnungsgemäß erfüllt, besteht dafür keine Notwendigkeit. Nehmen wir uns zur Veranschaulichung folgenden Fall. Erika möchte ihrem Freund Max überraschen. Sie weiß, dass er Fan von handgefertigten Sportwagenminiaturmodellen ist und hat durch Zufall erfahren, dass ihr Nachbar ein Lamborghini im Maßstab 1 zu 32 zu verkaufen hat. Beide werden sich schnell einig, der Lamborghini soll 200 Euro kosten. Erika soll das Modell am darauffolgenden Abend abholen und bezahlen. Bis dahin hat der Nachbar das Modell gereinigt und verpackt. Erika und ihr Nachbar haben einen mündlichen Kaufvertrag abgeschlossen. Aus diesem Vertrag haben beide primäre Leistungspflichten. Der Nachbar muss den Lamborghini als Sache liefern und Erika das Eigentum daran verschaffen. Erika den Kaufpreis bezahlen und den Lamborghini abholen. Weder Erika noch ihr Nachbar haben ihre Primärleistungspflichten bisher erfüllt. Entwickeln wir unseren Fall nun weiter. Wie es im Leben des Öfteren vorkommt, geht auch hier etwas schief. Bei der Reinigung des empfindlichen Modells fällt dem Nachbar dieses aus der Hand und zerspringt in tausend Teile. Eine Reparatur ist nicht mehr möglich. Rechtlich ist bei dem Nachbar nun bezüglich der Erfüllung seiner Hauptpflichten aus dem Kaufvertrag Unmöglichkeit eingetreten. Gemäß § 275 Absatz 1 BGB. Es handelt sich um ein handgefertigtes Einzelstück. Eine Reparatur ist nicht mehr möglich und zwar von niemandem. Dies wird auch echte Unmöglichkeit genannt. Voraussetzung einer echten Unmöglichkeit ist also, dass die Erbringung der Leistung entweder objektiv oder subjektiv unmöglich ist. Objektive Unmöglichkeit ist dann gegeben, wenn die Erbringung der geschuldeten Leistung für jedermann unmöglich ist. Subjektive Unmöglichkeit wird auch Unvermögen genannt und liegt dann vor, wenn der Schuldner zur Erbringung der Leistung außerstande ist und sie nur durch einen anderen oder durch Mitwirkung eines anderen erbracht werden kann und dieser leistungsunbillig ist. Was man unter faktischer Unmöglichkeit versteht, soll uns die folgende Vollabwandlung näher bringen. Auch dieses Mal fällt dem Nachbarn das Modellauto aus der Hand und zerspringt. Jedoch kann es in aufwendiger Handarbeit von etwa 200 Stunden von einem Modellbauer repariert werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf 9.000 Euro. Hier ist keine Unmöglichkeit gemäß § 275 Absatz 1 BGB gegeben. Der Nachbar kann leisten. Allerdings ist diese Leistung nur durch unverhältnismäßig hohe Kosten, in diesem Fall das 45-fache, also 4.500% mehr des vereinbarten Kaufpreises möglich. Hier greift § 275 Absatz 2 BGB, da ein besonders grobes Missverhältnis zwischen Aufwand des Schuldners, also dem Nachbar, und des Interesses des Gläubigers, Erika in unserem Falle, besteht. Ob ein Sachverhalt wirklich unter Absatz 2 fällt, lässt sich jedoch nicht abstrakt bestimmen, sondern bedarf einer Interessenabwägung im Einzelfall. Man muss bei der Abwägung zudem berücksichtigen, ob der Schuldner das Leistungshindernis zu vertreten hat, das heißt, ob er salopp gesagt schuld an der Situation ist. Auch wenn das in unserem Beispielfall so ist, das Auto ist ihm beim Reinigen aus der Hand gefallen, ändert es aufgrund des krassen Missverhältnisses nichts daran, dass eine faktische Unmöglichkeit gegeben ist. In unserem Fall und seinen Abwandlungen stehen sich die Leistungspflichten des Nachbarn, also die Übergabe des Modellautos und die Übertragung des Eigentums daran, und die Gegenleistungspflichten von Erika, nämlich die Bezahlung des Kaufpreises und Abholung des Kaufgegenstandes, wie wir bereits gelernt haben, gegenüber. Nun muss der Nachbar aber aufgrund einer Unmöglichkeit gemäß § 275 Absatz 1 BGB und der damit einhergehenden Befreiung nicht mehr leisten oder kann sich auf die Einrede aus § 275 Absatz 2 oder 3 BGB berufen und muss deshalb nicht mehr leisten. Erika fragt sich nur natürlich, ob sie trotzdem den Kaufpreis bezahlen muss. Hier hilft uns wieder das Gesetz. § 275 Absatz 4 BGB verweist uns unter anderem auf § 326 BGB, in dem das Schicksal der Gegenleistungspflicht geregelt ist. Ganz grob kann man sagen, dass Erika, insofern sie nicht für die Unmöglichkeit des Schuldners allein oder weit überwiegend verantwortlich ist, von der Gegenleistungspflicht frei wird. Sie muss also nicht bezahlen. Hätte Erika bereits geleistet, also den Kaufpreis gezahlt, könnte sie diesen gemäß § 275 Absatz 4, 326 Absatz 4 und 346 Absatz 1 BGB heraus verlangen. Erika hat gemäß § 326 Absatz 3 BGB aber auch ein Wahlrecht dahingehen, dass sie das durch den Nachbarn als Ersatz erlangte, also z.B. wenn die Sache versichert war, heraus verlangen kann. Ihre Leistungspflicht bleibt dann aber bestehen. In diesem Slidecast haben sie gelernt, was die Begriffe Haupt- und Nebenleistung, Primärleistungspflicht, Gegenleistung und Leistungsstörung bedeuten, in welchem Verhältnis diese Begriffe zueinander stehen, was Unmöglichkeit ist, welche verschiedenen Formen der Unmöglichkeit es gibt und was mit der Gegenleistungspflicht geschieht, wenn Unmöglichkeit gegeben ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020